Schön auf Abstand, babam. So, okay. Schön hochhalten, jawohl, das ist Training. Alter. Was? Zwei Stunden später. Fick dich. Wie zum Teuf... Ey, Zombies müssen zu das Supertalent. Ich mein, den fliegt ja eh sowieso instant der Kopf ab, wenn man die... Lustig, ich bin nicht spiel. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Missgeburten haben keinen Kopf mehr und treffen mich. Also, wenn das kein Supertalent ist, also sowas von. Natürlich. Das sieht ja schon bescheuert. Oh, warte, die kann auch so laufen. Oh, ja, okay, FPS einfach. Geht mir aus dem Weg, ich bin halbnackt und töte Zombies. Ich geb'n' Fuck. Was ist hier? Ja, war doch klar. Man darf wieder nichts sehen. Das sind nur diese Gizmos, ey. Mini-Asslachs hier ist... Fuck that. Hauptsache, der Arm vibriert, als ob sie voll schießen würde, so... Oh, man. Okay, jetzt, jetzt. Geschissene Scheiße. Oh, wer ist doch einfach, man Mädchen. Hier, ich hab' gerade keinen Bock. Tut mir leid, tut mir leid an all die Flamen. Fakt, ich hab' gerade null Bock auf diesen Scheißchen. Ich will jetzt einfach... Ach so. Nein! Ich wollte jetzt gar nicht rein, ich wollte gucken, ob's reingeht. Och, das fackt ich jetzt hart ab. Das fackt ich hart ab jetzt. Mini-Wage-Crit. So. Oh, ich hab' gerade einen Bock drauf gemacht. Äh, wow! Sie hat... Alter, die hat ja riesen... Brillengläser, ey. Scheiße, wie die einen anklotzt. Oh, und sie hat Hitten. Wir treffen uns schon wieder. Na, wie geht's, Aya? Bis abgekratzt, wa? Peinlich. Rico. Ich bin einig. Äh... Sehr gut, seit du mich verlassen hast. Ich mein... Ein bisschen anders, wie du siehst. Also, ich mein, du siehst anders aus. Fänglich, Richard. Ja, aber manche Sachen haben sich nicht geändert. Ich bin immer noch eine Frau. Oh, erst mal sexy machen, ey. Ach so, guck dir die Narbe an, die du mir gegeben hast, hier auf meinem Genick. Ja, Hauptsache... Diese verstörende Konversation wieder, wie die einfach da stehen, geradeaus... Die gucken sich ja nicht mal an. Das ist saukrank, erst mal. Zweitens, hat die einfach... Die steht da, ja? Mit der Schulter quasi zu dem, sagt, guck dir die Narbe auf meinem Nacken an, ohne sich umzudrehen. Du könntest ja fünf Spiegel aufbauen. Und vor allem, was mir auch noch auffällt, jetzt muss ich ja hier... Die Anna sieht nicht so aus. Die hat sich eine Klamotten angezogen für die Zähne, ja? Das ist gerade alles langweilig. Es brennt, weil ich... Ja, genau... Vergiss mich. Es war nicht alles scheiße, das Painful Blood, das ich received hab von Eva, von Besiegen, wisst ihr was, das ist mir egal. Ich weiß ja nicht, wen es interessiert. LOL! Wie die Dinger schwabeln, ne? Ohne scheiß. Bist du sicher, Schwester? Ja, Bruder. Was? Keine Sorge, Saki. Ich bin direkt hinter dir. Ja, okay. Lass mich. Ey, ohne scheiß, nein. Warum? Später. Wann, ey? Hab ich gesagt, Mann, ey. Später. Ey, das dauert eine Minute, wie du bist. Ja, und? Du kannst mich anrufen, ey. Watch out for yourself, ey. Ach so, die haben sich verpisst und ich muss jetzt die Bubis besiegen. Wie nett du bist. Jetzt können wir kämpfen, ohne dass sonst niemand im Weg ist. Riko, es reicht. Ich habe nicht genug gechattet, glaube ich. In der Chatter, keine Ahnung. Ich werde die Sachen mit der Vergangenheit regeln. Now loading. Loading the shit out of your face. Weil die Fresse. All die. Was so? Man müsste die Erfahrung von dem load-fuck hier mal echt kriegen, dann. Müll, 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 Müll. Oha. Oha. Die gefällt mir hart vom Charakter-Design her. Also das meine ich jetzt nicht so, wie jeder denkt. Leute, was mache ich denn? Okay, ich muss... Wie? Wie? Warte. Okay, das ist also so eine Anna-Tar... Fick dir in die Fresse. Ich merke gerade, dass ich mies... Oha, wisst ihr was? Ich cheate. Beziehungsweise... Power-Gem. Yeah! AD plus! Ah! Das bringt sehr viel, wenn man auf die Schnauze kriegt. Aua! Oha, fickst du dich mal, Mädchen. BAM! Der hat gesessen, drei Balken. Boom, Junge. Geb ich dir Böse. Alter, bitch-slapst du mich, du Fotze. Okay, Rage-Mode engaged. Ich sagte... Ich sag... Wo bist du? Zwei Schwerter. Mö... Ich konnte doch irgendwo abwehren. War das hier? Ich guck grad mal. Nein. Heilige Scheiße! Hab's verstanden, Mädel. Oh, bin ich gedodcht. Sybelle. Alter, ohne Witz. Bisschen, was kann ich noch passieren? Okay, okay. Äh, was bringt der Shit? Äh... Speed. Okay. Wäre kein Speed. Hm, ein bisschen was davon. Ich weiß nicht, ob ich den Power-Gem jetzt nochmal nutze. Ach, Yoro, Speed ist geil. Aber das ist nur Movement, kann's sein. Hallo! Ja, das muss man. Aber das ist auch geil. Jo! Ho, ho, bin ich hinterher, ich bin dran, warte! Mädel, Komma, klar! Uh, renn' ich wieder hinterher, ich bin dran. Auch, auch. Wenn ich jetzt noch ne coole Kombo wüsste, dann wär der Kampf ja episch. Bam! Ja, ich hab grad ein Leben. Oh, wenigstens. One Bizarre Woman Complete, was? Was, 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 was? Was? Ich hab irgendwas komplizisiert. Was, Alter, hab ich dir auf die Nippel geschnitten hier. Schöne Käsehäbchen auf Brust serviert. Das ist passiert und ich hab keine FPS. Geil. Hallo, Mädel! Kommt klar! Oh, ich kann so gut treffen. Scheiße. Lass mal's auch mal machen, wieder. Ja, gell. Hat ja auch vor... Ja. Halt's Maul. Alter, ins Genick. Hier, du scheiß Oma, hilft mich nicht noch. Ich will nicht noch ein Heel benutzen. Fresse. Bam! Ab in die Papiertonne mit dir. Alter, nee, was ein dickes Erfahrungsding. Ey, war wahrscheinlich wegen ihrer großen Brille. Oder ihrer großen Zuneigung. Oder einfach den Titten. Hat er das gerade gesagt? Ja, das reicht. Ich bin wieder mal befriedigt. Du bist geil wie immer. Nico. Bist du wirklich so dumm? Ich bin ein Kerl. Du musst wissen, dass... Warte, irgendwas... Du hättest gar nicht hoffen dürfen, mich besiegen zu können. Hey, hey, hey. Ah ja. Du hast echt Eier. Du vergisst etwas. Das Geheimnis von meinem Blut. Was? Blut? Ich meine, was? Geheimnis? Das Geheimnis, das meint, dass es nicht vorbei ist. Es war niemals nah. Äh, Klone oder was? Hahaha. Richtig. Das sind alles... Das ist alles ich. Plenty more fun. Mhm. Cool. Das heißt... Muss ich jetzt gegen 20 von den... Hier wird wieder Geld, ey. Muss ich halt doch nochmal die Heizung anmachen hier. Mitten im Winter. Meinst du das ernst, du Scheißspiel? Das ist doch ein... Was? Was hier? Nee. Was? Und sie kriegt kein Damage, aber man muss ich jetzt verlieren oder muss ich wissen, wer die echte ist. Äh, wartet mal auf Klärung, hallo, ich will Hilfe. Was dann? Das ist doch ein Scherz. Was bringt das? Protektion. Ui. Das ist cool. Aber ich will jetzt erstmal wissen... Die kriegt keinen Schaden. Was ist mein Quest? Hä? Ich weiß eh nicht, was der Scheiß hier bringt. Ich bin übrigens gerade am Verlieren. Soll ich mich mal umbringen lassen und gucken? Ey, wenn ich das ganze Level neu machen muss, gell? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was... Irgendwie kriege ich keinen Schaden. Oder sehe ich das falsch? Warte mal. Ich will mich doch healen. Geht das noch? Ich will mal gucken, was ich alles neu machen muss. Das Level jetzt, ey. Dann kann es sein, dass ich wahrscheinlich google, wo die nächste Brücke ist und zwei meine Haare darunter werfe. So sehr rastisch aus, ja. Ich will zwei Haare runter, wie reicht es sein. Ich will da nicht aufzuhalten. Faktor Police. Sehr schön. So wird es mir okay. Wer von euch drecksforten ist jetzt die echte. Du! Oder was? Mädchen. Aro! Wie kann mir den Arsch schießen? Ich... Kann mir einer erklären, wie man gegen die kämpft? Nein, ich meine es ernst. Wie kämpft man? Hallo! Okay, ich glaube, dass ich hier irgendwann jetzt mal beenden werde. Ich habe gerade wieder keinen Bock mehr. Würde ich jetzt persönlich sagen, weil... Seht euch die Scheiße an. Ey. Bitte. Ich bin noch nicht der Einzige, der das nicht kommt. Kriege ich wenigstens moralen Beistand. Wie? Wehrtmann ab. So nicht. Ich lache nicht kaputt. Ah, ich lache nicht kaputt. Mal mit nur einmal. Es ist... Ich lache mich tot. Ich lache mich gerade einfach tot. Ups! Ich habe das Handy aus Versehen nicht fallen lassen. Mach mich auch nicht wüten, sowas. Ja, war gut. Also bevor ich wüten werde, da kann ja was passieren. Zum Beispiel drei Millionen Gegner, wo man nichts machen kann. Oder... Ich weiß nicht. Oh! Moment, was ist das für ein Erfolg? Ja, das Spiel läuft weiter, ne? Best Nummer zwei. Was? Killt mich halt, wenn ich da in diesem... Auch geil programmiert ist, wenn man in diesem... Fick euch! Ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe auch keine Ahnung, wer jetzt hier... Die hier. Also... Ja, okay. Komm runter. Ja. Ohne Scheiße! Kann mir meiner Bitte erklären, wie man da rankommen soll, wenn die ein Insem wegschlägt und selber keinen Rückstoß hat? Bitte! Yo. Yo. Ja. Ja. Hab's verstanden. Alles klar. Hallo, lass mich doch mal an die Ran, die Damage trägt. Geh doch mal weg, ihr Nutten! Das Spiel macht mich aggressiv. Mhm. Boah, ohne... Ohne Flachs jetzt mal. Ohne Scheiß. Steh doch mal auf, Mädchen! Na? Ja, da war sie nicht dabei, gell? Ist ja geil. Hartgeil. Na, ja, gut, ey. Ich drück doch B. Wer ist es jetzt? Die, die hier rumrollt, oder was? Ja, Mann! Geil! Gäb's mir! Ohne Scheiße, ey! Ja! Ja! Mhm. Ist ja nicht so, dass mein Schaden abläuft, gell, aber gut. Welche von euch Frotzen hat mir in den Tee gepisst? Ohne Scheiße, ey, was soll ich denn noch machen, Mann? Ohne Scheiß! Ich schaff das nicht! Es geht nicht! Hallo! Ey, das Level ist unmöglich. Und wenn man ein anderes baut, würde es ein Spaß. Ich mein, guckt's euch an! Ohne Scheiße. Ah ja, komm! Mhm. Wie cool ihr seid. Lässt die, die uns schießt. Schießt du das? Ja. Geil ist das. So geil, wie man nichts tun kann. und die Kamera, die Verfickte, sich nicht dreht. Und weg.